Hallo zum Tageshoroskop vom 5.4. bis zum 7.4.2024. Wir haben den Freitag und schauen natürlich wieder, wie die Sterne an diesem Tag und am Wochenende stehen. Ja und wir befinden uns kurz vor dem Neumond, der am Montag stattfindet, zusammen mit einer totalen Sonnenfinsternis, also ein sehr besonderes Ereignis. Das ist dann auch ein super Neumond, der ist also sehr nah an der Erde und diese Sonnenfinsternis wirft möglicherweise schon ihren Schatten voraus und bei der Sonnenfinsternis geht es ja immer um besondere Ereignisse, karmisch bedeutsame Entwicklungen, die dann stattfinden können und diesmal befindet sich ja der Neumond mit der Sonnenfinsternis im Zeichen Widder. Das heißt, es geht hier wirklich um Neustarts, die sehr viel Kraft bringen, die sehr impulsiv sein können. Es kann um die Bereiche Sport sich drehen, es kann sich um Erotik drehen, es kann sich um kriegerische Szenarien drehen, um Startup-Unternehmen, Automobilbranche, sowas auch. Also insgesamt viel Power für Neustarts und wie gesagt, das könnte also schon jetzt sich zeigen. Ja und eine Sonnenfinsternis kann natürlich auch immer eine Schattenthematik beinhalten. Ja und interessant ist, wenn ich richtig informiert bin, ist zu dem Zeitpunkt auch dieses Experiment in CERN, wo die ja immer mit Teilchenbeschleunigern experimentieren und dort, also das passt insofern, wir haben ja hier diese Uranus-Jupiter-Verbindung zur Zeit und dieses Experiment findet also genau statt, dann wohl an diesem Datum am Montag. Und Jupiter und Uranus haben sich ja schon fast getroffen, die treffen sich dann am 21. April und Jupiter und Uranus bringt nämlich unter anderem auch große Veränderungen von Materie oder auch Experimente. Uranus sind Experimente und Jupiter sind Erkenntnisse oder also durch Experimente oder beschreibt halt einfach ein unfassbar großes Experiment mit Materie. Also das kann hier natürlich eine Rolle spielen auch. Also das ist natürlich ein bisschen kritisch zu betrachten oder ein bisschen sehr kritisch vielleicht auch. Also da müsste man natürlich dann abwarten, wie sich das dann zeigt. Ja, fangen wir an hier mit dem Aszendenten. Wir schauen ja hier wieder auf das Mitternachtshoroskop, berechnet auf Berlin, gültig für den deutschsprachigen Bereich. Konstellationen gelten wie immer weltweit. Der Aszendent befindet sich hier auf dem allerletzten Skorpiongrad, wird dann jetzt am Wochenende wieder in den Schützen gehen. Und das war ja bei der, vor der Zeitumstellung war der ja schon mal im Schützen. Also das heißt, wir haben hier einen Krisenmodus mit dem Skorpion nochmal verstärkt. Oder es geht auch um Sexualität, um Bindungen. Passend dazu geht heute übrigens die Venus in den Widder. Und die Venus in den Widder bringt natürlich auch so starke Frühlingsenergien. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, nochmal zum Aszendenten. Also das heißt, es geht hier um Transformationsprozesse, die den Körper betreffen mit dem Pluto im körperlichen Haus, im zweiten Haus. Oder es geht um Finanzen, Finanzkrisen, Macht und Ohnmacht mit Finanzen, Macht und Ohnmacht in Bezug auf Werte, Transformation von Werten. Dann die Krise, die Corona-Krise spielt natürlich auch hier eine Rolle weiterhin. Corona ist ja dicht dabei bei dem Pluto. Und das Ganze steht ja hier auch in Spannung hier zum Asteroid Karma und zu Merkur, der ja rückläufig ist. Also man betrachtet hier die zurückliegenden Ereignisse und ist darüber natürlich auch erzürnt, was sich da dann zeigt. Und der Merkur im Rückwärtsgang, der bringt natürlich auch verstärkt Rückwärtsbewegungen im Handel. Und auch natürlich, also die Mobilität ist ja auch rückläufig und im Zeichen Widder geht es ja halt auch verstärkt um Autos. Und da gab es jetzt zum Beispiel die Nachricht, dass jeder zweite Fahrschüler durch die Prüfung fliegt. Ja, durch die theoretische, glaube ich, war das. Also das passt natürlich hier zu dieser Konstellation, dass diese Nachricht jetzt kommt. Also Merkur rückläufig im Autozeichen. Und dann funktioniert das nicht mit den Prüfungen, beziehungsweise kommt dann die Nachricht dazu. Das Ganze wird ja beherrscht von Mars und der befindet sich ja bei Saturn. Und das bringt natürlich dann Einschränkungen im Fahren, im Zeichen Fische. Das ist dann durchlässig, also man fällt durch. Ja, so ein Traum zerplatzt. Mars, Saturn ist ja der Widerstand in Bezug auf Träume, ja, die dann das Autofahren betreffen. Und eine andere Nachricht, die auch dazu passt, nochmal zum rückläufigen Merkur, die nach der Signer Insolvenz hat jetzt ein Gründer eine Firma zurückgekauft. Ich glaube, die heißt Fahrrad.de oder irgendwie sowas. Also die hat also mit Fahrrädern zu tun. Und also ein Rückkauf passt dann halt auch dazu, ja, sodass man etwas wieder eine alte, vergangene Thematik wieder aufleben lässt. Ansonsten sind natürlich Preisreduzierungen möglich. Also das heißt, wenn man etwas kauft, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass der Preis reduziert ist. Nichtsdestotrotz kann es immer bei rückläufigen Merkur sein, dass dann dementsprechend die, ja, das fehlerhafte Waren gekauft werden, ja, oder dass Täuschungen bei Verträgen sind. Also Verträge sollte man jetzt möglichst nicht unterschreiben. Merkur rückläufig im Wider. Kann natürlich auch sein, dass man gerade Sportverträge kündigt. Das wäre zum Beispiel auch passend hier zu dieser Energie. Also das wäre zumindest so eine Variante, wie sich das zeigen kann. Ja, der Mond bleibt heute bis um, bis mittags um Viertel nach eins im Zeichen Wassermann. Das heißt, wir haben einen Vormittag, der ein bisschen quirliger ist, ein bisschen verrückter vielleicht auch. Mond im Wassermann hier im dritten Haus. Das heißt, man unterhält sich viel über seine Bedürfnisse nach Veränderungen. Man möchte etwas verändern. Man möchte vielleicht unabhängig sein. Man spricht vielleicht auch mit der Familie hier über Veränderungen oder über Veränderungen in der Heimat. Auch das kann natürlich sein. Europa, der Astroid Europa ist nicht dabei. Vielleicht spricht man über die Freiheiten in Europa, weil es hier in Deutschland nicht ganz so frei ist. Ja, also das kann natürlich auch sein. Oder über Reisen halt einfach. Das kann natürlich auch eine andere Variante sein. Ja, der Mond, wie gesagt, dann ab mittags im Zeichen Fische bleibt dann dort auch den Samstag. Und am Sonntag wechselt er dann auch wieder mittags. Dann um 13.26 Uhr in den Wider. Das heißt, also heute ab mittags, den ganzen Samstag und den Sonntagvormittag, haben wir dann den Mond in den Fischen. Mond in den Fischen bringt so eine Energie, wo man eigentlich ja starke Sehnsüchte haben kann, wo man vielleicht ja auch im Zusammenhang auch mit dem Venus im Wider hier vielleicht auch so Bedürfnisse hat nach jemandem. Und ja, möglicherweise lässt sich das nicht so leicht verwirklichen. Die Venus hier im Zeichen oder beim Eintritt in das Widerzeichen ist ja auch bei Neptun. Das heißt, wir haben also hier quasi auch nicht ganz so eine forsche direkte Kontaktaufnahme, wie man das sonst hätte, wenn die Venus quasi alleine da reingehen würde. Aber weil quasi der Neptun mit dabei ist, hier auch wenn er auf den letzten Fischegraden ist, gibt das auch so eine sensiblere Energie. Also man ist doch ein bisschen feinfühliger in den Begegnungen, wenn man natürlich auch dennoch direkter ist, also Forscher vielleicht im Miteinander. Man kommt direkt zur Sache, könnte man auch sagen. Oder man hat Sehnsucht vielleicht auch nach erotischen Kontakten. Es sind natürlich, die Triebe sind erwacht dann jetzt quasi so langsam. Also das heißt allerdings auch wieder mit einem kleinen Haken, weil die Venus im Zeichen Wider wird ja beherrscht von Mars und der wiederum steht bei Saturn und das ist so eine gebremste Erotik. Ja, also es kann sein, dass quasi eine sexuelle Flaute hier auch eine Rolle spielt. Oder man hat hier vielleicht auch bei der Arbeit Ärger, Begegnungen mit Streit. Kann das natürlich auch sein, Venus im Wider. Und Mars und Saturn bringt dann so Widerstände, ja, die sich da zeigen können, die unklar sind. Und es kann auch sein, dass man hier mit Steinböcken aufeinander trifft. Also das kann natürlich dann sexuell sein oder halt auch, ja, im Streit. Oder Ziele, gebremste Ziele sind hier möglich. Gerade auch was Finanzen betrifft natürlich, weil Venus ja im Wider auch die, also neue Finanzinitiativen beschreiben kann. Ja, und mit Mars und Saturn ist dann halt quasi die gebremste Wirtschaft hier die Rahmenbedingung für diese Zielvorstellung. Also eine schwierige Ausgangslage, um dann quasi etwas neu, um neu durchzustarten. Ja, kommen wir nochmal kurz zurück zum Mond. Also der Mond, wie gesagt, den Fischen bringt halt eher so eine Romantik, so eine friedliche Energie auch, Sehnsüchte natürlich auch. Und dann am Sonntag wechselt er dann, wie gesagt, mittags in den Wider. Das ist dann so eine aktivere Zeit. Also der Ausklang der Woche wird ein bisschen energetischer. Und da kann es natürlich dann auch sein, da wird es ja dann auch wieder, wenn der Mond im Wider ist, wird er ja dann auch beherrscht von Mars und der steht ja bei Saturn. Und das kann dann sein, wenn man zum Beispiel Sport machen möchte, dass man dann hier sich sehr stark auf das Training konzentriert oder ein eingeschränktes Training macht, vielleicht eine Schwimmeinheit, weil es ja am Zeichen Fische stattfindet. Also Mars und Saturn sind ja hier so quasi ein bedeutender Aspekt zur Zeit neben Venus und Neptun. Also Venus und Neptun ja so eine schöne, ja, angenehme Begegnungsenergie, eine soziale Komponente auch und auch eine künstlerische, feine Energie. Ja, und Mars und Saturn ist ja so eine, ja, Energieschwächung. Ja, so viele dürften jetzt so quasi nicht gerade in ihrer Kraft sein, möglicherweise. Also Einschränkung im Sport bedeutet das. Also vielleicht möchte man zum Sport und wird dann irgendwie blockiert, weil es irgendwie nicht geht. Kann natürlich auch eine Konzentration auf Sport sein, also dass man quasi einen Sportplan, also auf den Weg bringt. Ja, ansonsten, diese Mars-Saturn-Konstellation steht halt auch für militärische Reform. Da hat ja der Pistorius gerade eine strukturelle Reform angekündigt oder in den Medien erklärt. Und Mars-Saturn ist genau das, die Struktur des Militärs, die hier quasi im Zeichen Fische ziemlich im Unklaren steht, ja. Ansonsten Mars-Saturn steht halt auch, natürlich hat ja schon die Tage gesagt, für Angriffe im Wasser oder also besonders auch Brücken, weil Saturn natürlich die Strukturen im Wasser sind, die angegriffen werden. Das können dann Brücken sein. Ansonsten auch Ziele mit Brücken, Neubau von Brücken. Also in Hamburg wird ja die Kühlbrandbrücke neu geplant. Also sowas kann das dann auch sein. Ansonsten steht es medizinisch noch aktuell für Muskelverspannung, also das ist halt auch zurzeit eine Gefahr, Zahnentzündung oder auch beim Sport muss man aufpassen, dass man sich nicht den Fuß verstaucht oder bricht oder so. Also weil Saturn halt auch ein Bruch sein kann oder eine Verhärtung. Ja, das genau zu dieser Konstellation, dann haben wir die Sonne weiter im Widder, wie gesagt, dann am Montag den super Neumond mit der Sonnenfinsternis. Also Schattenthemen können eine Rolle spielen, schicksalhafte Ereignisse mit Männern, mit den Vätern, Chiron ist auch mit dabei, also Gesundheitsthemen, Arbeit kann eine besondere Bedeutung haben. Jetzt aktuell, aber auch natürlich dann am Montag und in der nächsten Zeit. Die Sonne mit Mondknöten kann auch sein, dass man jetzt hier Kontakte mit Löwen knüpft, auch das wäre denkbar. Und natürlich, ja, dann überhaupt sehr viel Neuanfangsenergie durch diese Neumondkräfte, die da wirken. Ja, dann haben wir noch, genau, zu Mars Saturn wollte ich nochmal sagen, das passt auch noch dazu, eine Bombenentschärfung bei RTL gehabt. Mars ist ja der Krieg, Saturn ist die Einschränkung, Einschränkung von Kriegsthematiken, die dann im Zeichen Fische die Medien betreffen. Oder ein Börsencrash bei den Elektroautoaktien gab es auch, also das ist wieder Jupiter Uranus, also viele oder große Überraschungen, die die Finanzen betreffen können. Und das Ganze wird ja beherrscht hier von Venus bei Neptun und das sind dann Auflösungsprozesse. Ja, das soweit zum heutigen Freitag und zu den Energien, genau, Ergebnis noch des Tages. MC bleibt hier im Zeichen Jungfrau, das heißt, wir haben immer noch einen kritischen Blick auf die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Entwicklung. Arbeit und Gesundheit sind verstärkte Themen zurzeit, da sind Rückwärtsentwicklungen verstärkt möglich oder auch Neuanfänge, weil Chiron für Neuanfänge steht und Merkur ja aktuell rückläufig ist. Ja, das zu den Tendenzen, dann sage ich, ja, vielen Dank für dein Interesse, für Kommentare bedanke ich mich natürlich auch. Ja, wenn du mir ein Like da lässt oder ein Abo da lässt, freue ich mich natürlich auch oder den Beitrag teilst. Ansonsten, wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, kann ich dir eine Beratung ans Herz legen. Der Link ist hier unter dem Video. Auf die Sternstunde biete ich zurzeit 10% Rabatt. Da kannst du mich einfach über das Kontaktformular anschreiben. Ja, und ansonsten sehen bzw. hören wir uns wieder am Montag. Alles Gute. Tschüss. Ja, und ansonsten sehen.